So, da sind wir schon wieder zurück mit einer kleinen Geheimaufgabe, nämlich die Willkommen 15.000 XP, dafür dass wir einen kleinen Bären befreien. Wo wir das Ganze machen, zeige ich euch natürlich gleich, auch in welchem Modus, logischerweise. Aber in erster Linie muss ich erstmal nochmal Danke sagen an alle Mitglieder, es kommen täglich inzwischen immer mehr dazu. Gruß geht da raus an alle. Und warum werdet ihr wahrscheinlich Mitglieder? Genau, wegen dem Skin. Ihr bekommt natürlich einen Skin, sobald ich mal wieder eine Solo-Runde gewinne. Das Ganze ist irgendwie zur Zeit auf dem PC bei mir nicht ganz so leicht. Gefühlt werde ich halt zehnmal Zweiter, aber für einen Sieg hat es leider nur einmal gereicht. Aber natürlich, die Skin-Verlösung wird immer wieder passieren, je nachdem, wie ich halt einen Sieg hole. Aber das Ganze soll natürlich auch nicht zu einfach für euch sein. Es bringt ja auch nichts, wenn ich jeden Tag drei Skins rauskauen kann. Ihr würdet euch natürlich freuen, aber ich glaube, meine Familie dann eher weniger, weil auf Dauer jeden Tag so grob 20 Euro raushauen wird dann auch auf Dauer ein bisschen schwer. Aber trotzdem, vielen Dank für den ganzen Support. Ich werde jetzt direkt reingehen in die Runde. Ich mache das Ganze in Gruppenkeile, wo der kleine Bär versteckt ist. Und so bekommen wir ganz einfach 15.000 XP. Ist halt anscheinend so ein ganz kleines Dankeschön von Epic Games. Wofür wir das verdient haben, frage ich mich allerdings auch. Das Problem ist nämlich einfach, wahrscheinlich wird der Battle Pass, ich sage jetzt mal einfach, ich denke mal, er wird definitiv verlängert. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich denke mal einfach, das hat Corona-Gründe. Die hatten halt einfach wirklich keine Zeit. Wir wissen ja, Epic Games ist in Amerika. Deshalb wurde da der Season Pass halt einfach verlängert, weil die einfach in Anführungszeichen wahrscheinlich keine Zeit und sich nicht treffen durften. Weil aus finanzieller Sicht, würde ich sagen, macht es eher für Epic Games Sinn, wenn sie einen neuen Battle Pass rausbringen, weil den muss schließlich jeder kaufen. So wird hier nichts gekauft in dem Sinne. Weil wenn man sich überlegt, jeder kauft sich einen Battle Pass, ein paar Skins da raushauen, ist ja nicht das Problem in Anführungszeichen. So, hier gerade mal die Kamera ran stumm schalten, nicht dass da einer auf die Idee kommt, doch noch zu reden. So, wo müssen wir hin? Perfekte Route, richtig. Weeping Woods, ab in den Keller. Denn da sind ja die kleinen Teddybären versteckt, beziehungsweise zu Hause. Jetzt muss ich nur wieder gucken, wo diese Hütte ist. Ich vergesse es immer wieder, ne? Tausendmal schon da gewesen. Und ich kann liegen, ah doch, da unten. Die ist nämlich wirklich so versteckt, diese Hütte. Ist doch die hier, ne? Weil es gibt ja zwei Hütten, doch müsste die richtige sein. Ihr landet einfach hier unten drin. Weil, heute war ja auch das Update. Ich habe noch nicht genau geguckt, was es alles gibt. Aber es hat sich ja anscheinend einiges scandelt. Aber dazu kommt auf jeden Fall noch was. Und ihr seht, nochmal hier auf der Map, Weeping Woods, genau da wo ich bin. Den Bären aufheben. Und Bärenbefreiung. Und 15.000 XP. Also, kein Clickbait oder sonst was. Wie bekommt ihr Leicht XP? Einfach den Bären aufsuchen. Fertig. So. Ich hoffe, ich konnte euch halt, wie gesagt, damit schon mal helfen. Klaut ihr mir die Waffe? Ullolik. Dankeschön. Ja, du hast es geschafft. Du bist im YouTube-Video. You must abonnieren. Y-T-Family-Hack. Family Hack. Family Hack ist mein YouTube-Name. Thank you. Für die ganzen Supporter natürlich. Ihr wisst ja, jetzt kommen mir die bösen Zungen. Ja, du streckst dein Video ja unnötig hoch. Nein. Oder? Doch. Es ist jetzt einfach für die Supporter, die noch ein bisschen Gameplay sehen wollen. Mehr ist es einfach nicht. Weil, ich sag's euch ganz ehrlich, ich sag euch jetzt einfach mal wirklich, wie es ist. Wenn ich ein Video hab, was, egal ob 5 Minuten, 8 Minuten oder sonst irgendwas. Umgerechnet, lass mich jetzt lügen, 200 Aufrufe sind so grob, wenn ich es auf 10 Minuten, also über 10 Minuten, bin ich so bei 40 Cent. Mach ich das Ganze aber auf unter 5 Minuten, dann bin ich bei, hört ihr jetzt genau zu, sage und schreibe 4 Cent. So, jetzt macht euch mal Gedanken, was dann besser wäre für mich. Aus finanzieller Sicht und haste nicht gesehen. Weil, hier braucht ja keiner mehr weitergucken. In Anführungszeichen, der, der wegen der Aufgabe hier ist, der hat seine Lösung, er weiß, wo es ist. Und gut ist, alle anderen sind halt nur noch für Supporter. Und da danke ich natürlich jedem Einzelnen. Wenn du mir jetzt nicht noch weiter hier auf die Nerven gehst, geh doch mal mal das hin. Immer die Leute, die so stur hier rumtornen. Och, Zinu, was ist denn los bei dir? Ich glaub, der hat keine Freunde. Wehe, du schreibst bei dem Video nicht in die Kommentare. Wehe. Du bist es. Aber wir können den Skin bei uns in der Community nicht liken. Ich sag's dir nur. Benutz einen anderen Skin, falls du bei den Custom Games missmachst oder so. Der Skin ist nicht beliebt. Grüße gehen da raus an Coco. Und wundert euch nicht, Livestream wird halt noch kommen. Aber, natürlich durch Videos, durch Update, kommt da natürlich, dauert das Ganze natürlich ein bisschen weg. Warum sind hier alles Gold? Was ist hier los? Sind die Granaten wieder im Spiel? Die Granaten sind zurück. Nee, nee, nee. Der hier hatte echt keine Hobbys, geh. Ich fand, als würde mich das in irgendeiner Art und Weise interessieren, was er da macht. So, mal gucken, ob er mitmachen kann. Kannst du mitmachen? Oh. Ehrenbruder. Jetzt müssen wir doch mal ein bisschen uns beeilen, damit wir in die Zone kommen. Und wie gesagt, danke an alle, die jetzt immer noch dabei sind. Gruß geht natürlich immer raus an diese Porte. Ihr wisst es ja. Wir hätten das jetzt in Dully. Baut mich ab. Obwohl, er hört mich ja. Ups. Obwohl, eigentlich ist es scheißegal. Ich bin schneller, wenn ich einfach sterbe. Zack. Hätten wir nämlich eh nicht geschafft. Er kommt gar nicht drauf klar. Ich hab nur gesehen, wie er sich umdreht. Aber mit der Season-Verlängerung bin ich halt echt mal gespannt, was sie da machen. Folgendes schätzmeyer sind dringend wieder so 800k Mission safe. Zu 100%. Lege ich meine Hand für ins Feuer. Alter, was ist denn hier mit dem Loot los in Gruppenkeile, ey? Der ist ja mehr als stark inzwischen. Ding, 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 ding. Super. Ich dachte, Zino wäre das. Der ist ja wieder ganz lost. Und wie gesagt, wir müssen mal gucken, was wir jetzt die Tage so machen. Ob wir halt jetzt doch weiter leveln. Oder ob wir hingehen und schwitzen rein auf Level 300 noch was. Aber müssen wir dann einfach mal gucken. Ja, AIM ist da. Erste Runde. Mehr brauchst du schon nicht sagen. Die Ausrede passt doch immer, oder? Erste Runde hat man nie gutes AIM. Habt ihr meiner gesagt? Also, ich hab das mal von irgendeinem gehört. Ich glaub, es war auch irgendein YouTuber oder von euch einer. Oh, ernsthaft. So, nicht mein Freund. Zwischendurch ist mein Elmland-Doktor. Ich muss doch EP sammeln. So. Oh, langsam kommen mal die ersten Falls. Ich glaub's ja nicht. Vor allem, ich weiß noch gar nicht, was jetzt bei Corona rauskam. Aber mein Sohn hat eben nur gesagt, irgendwie ist es eine Verlängerung. Keine Ahnung, ey. Aber ganz ehrlich, ich kann das Wort Corona auch bald nicht mehr hören. Es nervt nur noch. Man kann nirgendswohin. Dann willst du mal irgendwo hin. Nee, darfst du nicht. Dann brauchst du irgendwas. Nee, kannst du nicht kaufen. Läden zu. Also, hier müsste eigentlich nur Gegner sein. Hä, trägt er nicht im Hang, oder? Ach, Zino ist das. Wie lost sind manche Menschen. Also, wie der... Yo, FPS-Drops sind wieder am Start. So, wo geht die Reise hinten? LoL, er lässt sich direkt wieder töten. Bester Mann. Die Medaille ist auch schon wieder eingesammelt. Man kennt ihn. Häng ich dir. Alter. Ach, das leckt mir am Besen, ey. Zückerli. Mann, was. Ich sag ja, FPS-Drops vom Allerfeinsten, ey. Was ist denn hier denn da noch? Drei Mann. Keiner kriegt den weggeholt. Ei, 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 ei. Nur ich muss es wieder machen. Schämt ihr euch nicht? Oh, Gott, ey. Warum kann ich manche Leute nicht leiden? Genau aus dem Grund. Aber, ein Dank an alle, die so lange dabei waren. In dem Sinne würde ich sagen, auch an dich, Zino. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du ein bisschen um den Keks gehen willst. Und in dem Sinne, haut rein.